hallo herzlich willkommen zurück zu dead by daylight heute ist der patrick wieder dabei natalie und der besondere ersatz für leon ist finn ich würde bitte betonen der gute ersatz und der einzige der einzige ersatz der verstorben der einzig wahre und danke an dich leon mit dem vorder ich mache das spiel immer noch nicht also danke also liebe zuschauer schreibt in die kommentare mit hashtag danke leon hashtag danke leon 1 um ihn zu deabonnieren hashtag danke leon 2 um ihn zu favorisieren er war jetzt wahrscheinlich wirklich hinter dem eck das ist echt gemein er hat ja noch nie mal einen kanal ja ne doch er hat mal live streams gemacht aber vor er hat dich doch abonniert oder nicht ach so der patrick hat auch einen youtube kanal arzul heißt er und ich werde teilen und liken junge das drehen ok jetzt hast du schon beliebt gemacht jetzt haben wir zu deiner abos ich hab noch diese momenten gerade du meinst die sechs die ich selber gemacht habe ja ah ok nein guck gerne mal auf meinem kanal vorbei wir werden doch auf alle fälle nein will ich auch nie wissen den neuen blue mit kack duft ich habe schon im schrank stehen ja leon hat den doch schon bestellt oder nicht er hat es gekostplayt alter jetzt muss ich mir ernsthaft welcher schnuffel guckst du in welche richtung ich gucke hinter mich alter film ja erschreck mich doch nicht es ist der dritte dritte dr sprachen lernen babbel was hat das denn für ein schrei mach 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 habibi ich habe mich überhaupt nicht erschreckt ja finn hatte das spiel seit kurzem deswegen Aber er macht sich ganz gut. Juhu! Okay. Geil, dann... Der Rentner ist zurück. Ja. Natürlich ist ein Hacken. Er läuft Richtung Generator. In der letzten Sinne Richtung Generator. Jetzt läuft er wieder zu mir zurück und links am Anwesen vorbei. Richtung Hecke. Richtung Hecke. Richtung Hecke. Ich habe ihn gerade zurück gesehen. Glaube ich. Jetzt läuft er durch das Anwesen wieder zurück zu mir und rechts zum Generator. Jetzt läuft er hinter mir und jetzt... Geht immer zu ihm. Nein, ich repariere gerade. Ihr kennt... Das ist eine Camper-Sau. Ich melde dich, ich melde dich. Schatz, das ist in Ordnung. Wir haben es kapiert. Bitte, bitte. Nein, 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 nein. Nö. Nur wenn du mich vom Haken holst. Okay. Ne. Kannst du eine Runde abhängen. Ich häng ab. Nix häng dich dran. Wo ist er? Warte, warte. Direkt hinter mir, der campt hier. Das wird nichts. Alleine wird das nichts. Oh, ich kämpfe auch schon. Alter, der campt eiskalt, ne? Ich glaube, ich schalte gleich mal an. Du 13-jähriges Fortnite-Kind. Hast du einen Channel von deiner Schwester abonniert, wa? Ja. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Mann ey, ich brauche einen neuen Controller. Aber dieses Laufen ist echt unangenehm. Dann kauf dir einen. Also, liebe Zuschauer, startet eine Donation für Finn. Wo ist er? Ich hab dich für ihn direkt getroffen. Keine Ahnung, ich kämpfe. Er kennt immer noch. Ich werd's hier eiskalt verrecken. Dabei wollte ich nur mal ne Makren verticken hier. Ja. Sie sind geistig behindert. Was? Ah. Ein Professione... Alter, das ist so ne scheiß Kräper-Sau, ne? Ich hab mich gerade wieder erschrocken, weil er viel mehr lang läuft. Ah, baby! Auf Milch hinterher, wir müssen's verteilen. Merke ich bei dir dann auch beim Laufen rum, wenn du jetzt hörst? Au. Natürlich hat er Rage auf Milch. Er denkt sich so, meins, 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 meins. Fick dich! Da hinten. Ah, ich... Reparier den einen Generator hier weiter. Klar, natürlich ist der ein Haken. Ah, ich seh'n da hinten. Fuck off, ey! Was ist denn das für ein Spasmatiker, ey? Oh, ja... Ist das bei dem Generator? Alter, das ist so ne Camper-Sau, ne? Der hat das Spielprinzip nicht verstanden, was ein Killer zu tun hat. Ah, ja... Also, eigentlich nicht... Ich hab mich sogar sehr gut versteckt! Weißt du, als er damals von dem Wickeltisch gefallen ist, hat er erst nochmal drauf getreten. Ah, okay... Ohhh... Rage! Ui... Und das war der Sportkommentator? Oh mein Gott! Er trifft dich! Ohohohohohohoho! Scheiße, jetzt hat er getroffen. Irre! Genau, in dem Moment... Wenn ich das natürlich wieder betonen... Oh. Äh, nee, du kannst Nati vergessen! Nati würde jetzt sterben. Ja, lass es ruhig, lass es ruhig, ja, ja. Die wird Eiskalt sterben. Ja, er bringt mich sogar in den Keller. Leute, ist vorbei. Und der wird jetzt Eiskalt sehen werden. Der hat einen echt ekligen Skin. Ach nein, bei dir verpist er sich natürlich, ne? Ja, wo? Jetzt können sie sich auch zum Ausgang stellen. Ich will mich immer noch herzrasen. Ja, der steht auch 100%. Kannst du hochgucken irgendwie? Nein, Kai. Oh nein. Ah, schade. Siehst du ihn noch? Ja, 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 er ist hier. Okay, sag mir mal, wenn er weggeht. Ne, da geht nicht. Da geht nicht weg, glaube ich. Ne, das ist eine Camper-Sau. Ich hab den auch schon gemeldet. Alter, du bist ein Arschloch. Das ist das Letzte, das ist unkamerativ. Wie kannst du an einem Generator? Wie kann man ihn melden? Äh, du gehst, wenn du, äh, das Spiel, äh, wenn das Spiel beendet ist und du die Punkte siehst, kannst du ja hier rechts nehmen, da ist ja Daumen hoch, Daumen runter. Da gehst du rauf und dann kannst du rechts, die letzten drei Dinger sind zu melden da. Okay, gut, mach das geil. Alter, was für'n Schwacken. Weil das ist wirklich das Allerletzte. Er steht da einfach! Er steht da in der Ecke! Warte mal, ich fährt mal. Ich fährt mal. Ja, ich fährt mal. Ja, ich fährt mal, ja gut. Ich fährt mal von mir auf, warte. Gleich fertig. Jetzt geht er wieder nach oben. Ah, aber er wird da auch auf der Platzabruf stehen. War, war klar, ne? Ich geh auf dein Profil. Das erste Spiel, das mal angezeigt ist, Fortnite. Ja. Näh. Doch. War gar nicht. Mach Bescheid. Aber muss ich auch sagen. Zufall. Engl... Und er ist ein Engländer. Ne? Hau mal die Briten hier mit ihrem Tee. Der hatte sich wahrscheinlich grad so'n Tee gemacht und deswegen gecampt. Wo ist sie? Bei mir. Ja. Genau. For me. Ja, Marken. Ja. Jetzt musst du noch einen Generator reparieren, Frank. Oh, ich bin rausgeflogen. Ne, der Killer ist rausgegangen. Ne, wo kann ich jetzt? Ja, äh, melden. Er spielt's hier. Beim Daumen hoch, Daumen runter. So. Hast du auch von Ladespie? Huch, jetzt bin ich vom Ball. Ja, geil. Ja, ähm. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Die... Diese kurze Folge. Ähm. Ja. Ach, seid ihr schon alle tot, oder? Ja. Ne, der Killer ist ja rausgegangen. Und dann... Ohja, ich hab hab�� estan nem... Insofern... bei nächsten Folge. Tschüss, ich bin sorry.